Aber ich finde, wir können langsam damit aufhören, uns gegenseitig daran zu erinnern, wofür wir im Senat so zuständig waren. Sie waren ja unter anderem Finanzstaatssekretärin und haben heftig dazu beigetragen, dass viele Vorschläge, die wir gemacht haben, sich eben nicht durchgesetzt haben. Aber das soll hier gar nicht der Punkt sein. Ich schätze Sie. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Senator Müller hier ganz alleine sitzt, obwohl er sich ja gegen den Senator Nussbaum durchgesetzt hat und ihm der regierende Bürgermeister hoffentlich auch dabei geholfen hat. Aber es zeigt möglicherweise ein bisschen, welchen Stellenwert dieses Thema soziales Wohnen in Berlin im Senat wirklich hat. Und es scheint nicht besonders groß zu sein. Ich fand es im Übrigen auch bemerkenswert, dass Herr Brauner bei seiner Rede so gut wie keinen Zwischenapplaus von seiner Fraktion bekommen hat, insbesondere an dem bemerkenswerten Punkt, wo er gesagt hat, dass Sie denn doch mal überlegen, ob Sie sich vielleicht doch mit einer neuen Wohnungsbauförderung anzufreunden, gedenken, in Zukunft, irgendwie. Das fand ich doch auch sehr bemerkenswert. Aber nun zu dem eigentlichen Thema. Sie haben ein Bündnis geschlossen mit den städtischen Gesellschaften und darum soll es gehen in dieser Aktuellen Stunde und deshalb rede ich jetzt dazu. Wir wissen alle, die städtischen Gesellschaften haben aktuell rund 277.000 Wohnungen. Das sind rund 15 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. 85 Prozent sind also nicht in städtischem Besitz. Nun könnte man sich sagen, gut, die genossenschaftlichen Wohnungen sind auch billig und sind gut. Nochmal 10 Prozent runter. Bleibt unterm Strich, dass das Mietenbündnis des Senats für rund drei Viertel aller Berliner Mietwohnungen keine Auswirkungen haben wird. Und deshalb ist die Linke weiterhin der Auffassung, dass das nur ein erster Schritt sein kann. Nun haben Sie das zwar auch immer wieder betont, dass das nur ein erster Schritt ist. Ich habe von Ihnen aber noch gar keinen einzigen Vorschlag dazu gehört, wie Sie denn den preiswerten Wohnungsbestand in anderen Eigentumsverhältnissen schützen und ausweiten wollen. Und dieses Bündnis sollte so gestaltet sein, dass die proklamierten Ziele, die ich alle teile, tatsächlich erreichbar sind und dass die Unternehmen die Ihnen auferlegten Verpflichtungen wirtschaftlich auch tragen können. Das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Es ist gut und richtig, den städtischen Bestand mietdämpfend einzusetzen und dabei auch die weitere Qualifizierung nicht aus dem Blick zu verlieren. Bekanntlich ist gutes Wohnen mehr als eine bezahlbare Miete. Eine bezahlbare Miete allerdings ist elementar für die große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, von denen übrigens zwei Drittel und nicht ein Drittel Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Wir erinnern uns noch an ganz andere wohnungspolitische Zeiten und Ziele hier in Berlin. In den 90er Jahren hat der schwarz-rote Senat mit sogenannten In-sich-Geschäften den städtischen Gesellschaften Eigenkapital in dreistelliger Millionenhöhe entzogen. Anfang der 2000er Jahre sah der rot-rote Senat in seiner Not und unter dem Druck der Verfassungsklage keine Alternative zum Verkauf der GSW. Die Frage ist ja vorhin gestellt worden, wo denn die Aussage dazu bleibt. Ich wiederhole sie gerne in jeder Rede. Ein schwerer Fehler. Wir sind sich heute fast alle Beteiligten einig, auch wenn der damals weitgehend entspannte Wohnungsmarkt diese Entscheidung wohnungspolitisch verantwortbar erscheinen ließ. Über lange Jahre hat der Senat kaum etwas anderes getan, als den landeseigenen Unternehmen eine moderate Rendite vorzugeben, die reinvestiert werden sollte und sie ansonsten weitgehend sich selbst überlassen. Das hat in Teilen gut getan. Die Unternehmen konnten ihre Wirtschaftslage deutlich stabilisieren. Andererseits verflachte die wohnungspolitische Diskussion in dieser Stadt, haben einige Unternehmen in Einzelfällen auch nicht anders agiert als private Vermieter. Sie werden diese Einzelfälle alle kennen. Rot-Rot hat nach den Lehren aus dem Verkauf der GSW 2003 in der Koalitionsvereinbarung 2006 festgehalten, dass der kommunale Wohnungsbestand in seiner Größenordnung für die Sicherung von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum unabdingbar ist. Die seinerzeitige Zahl von rund 270.000 ist seither sogar ein wenig gewachsen. Rot-Rot hat damit also die Grundlagen dafür gelegt, dass Sie heute überhaupt ein solches Bündnis schließen konnten. Darf ich mich, kann man noch daran erinnern. Es gehört eben zur Wahrheit und zur Ehrlichkeit, dass der Privatisierungsstopp 2006 aufgrund der Linken und übrigens im Dissens mit CDU und auch Teilen der Grünen vereinbart worden ist. Das Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten ist nun ein Dreivierteljahr nach seiner mehrfachen Ankündigung unter Dach und Fach. Der damit verbundene Mietenstopp wird damit aufgehoben und in Kürze werden den Mieterinnen und Mietern Zehntausende Mieterhöhungsschreiben ins Haus flattern. Aus Sicht der Linksfraktion ist das das falsche wohnungspolitische Signal. Zwar werden diese Mieterhöhungsmöglichkeiten begrenzt auf 15 Prozent in vier Jahren. Damit wird die Bundesratsinitiative von Rot-Rot, die auf den gesamten Mietwohnungsbestand zielt, für die städtischen Wohnungen umgesetzt. Wie gesagt, lediglich rund 15 Prozent gehören dem Land Berlin. Damit diese wiederum effektiv mietdämpfend wirken, müssen in diesem städtischen Bestand Mietsteigerungen entweder gänzlich vermieden oder deutlich stärker begrenzt werden. Da reichen die 15 Prozent nicht aus. Applaus Im Übrigen muss hier der Bund endlich handeln und Berlin muss seine Aktivitäten im Bundesrat verstärken. Bei der ersten Behandlung des Mietrechtsänderungsgesetzes im Bundesrat vor der Sommerpause gab es keine Mehrheit für den Berliner Vorstoß. Das haben Sie hier vergessen zu erwähnen. Und zwar haben CDU-geführte Bundesländer diesen Vorstoß blockiert. Hier kann und muss sich also die Berliner CDU ins Zeug legen, um ihre Parteifreunde umzustimmen. Und noch etwas. Es bleibt das Geheimnis des Berliner Senats, warum er die im gleichen Rahmen eingebrachte Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg nicht unterstützt hat, nach der bei der Feststellung des Mietspiegels alle Bestandswohnungen in die Erhebung einfließen sollen und nicht nur diejenigen, bei denen es in den letzten vier Jahren Mieterhöhungen gegeben hat. Aber okay, das führt hier vielleicht zu weit. Kern des Mietenbündnisses soll ja die Neuordnung der Belegungsbindungen sein. Als Gegenleistung für die Zustimmung der Unternehmen wird der Senat in einer neuen Kooperationsvereinbarung alle bestehenden objektkonkreten Belegungsbindungen aufheben und dafür eine Quotenregelung einführen. Dem Vernehmen nach soll diese Vereinbarung jedoch noch nicht unterschrieben sein, weil der Finanzsenator auf einer wirtschaftlich begründeten Öffnungsklausel für die Unternehmen besteht. Das wäre nicht nur ein Zeichen für die mangelnde wirtschaftliche Tragfähigkeit des gesamten Konstrukts, sondern auch für anhaltende Spannungen und Dissonanzen zwischen Finanzsenator Nussbaum und Bausenator Müller. Mal sehen, auf welche Seite sich der regierende Bürgermeister schlagen wird, der ja häufig bereits zum Besten gegeben hat, dass steigende Mieten ganz normal und sogar wünschenswert in einer prosperierenden Stadt sind. Wie gesagt, die Linksfraktion begrüßt die Umstellung der Belegungsbindung auf Quotenregelung im Grundsatz, weil das nämlich die Eigenständigkeit und Flexibilität der Unternehmen erhöht. Wir befürchten aber, dass deren Umfang insgesamt abnehmen wird. Auch werden absehbar natürlich viel zu wenig Wohnungen überhaupt frei werden und damit gezielt vergeben werden können. Zudem bleibt offen, wie die Selbstkontrolle der Einhaltung durch die Unternehmen funktionieren und für die bezirklichen Wohnungsämter nachvollziehbar sein soll, da lediglich ein jährlicher Bericht an den Senat vorgesehen ist. In § 4 der, wie gesagt, noch nicht unterzeichnet Kooperationsvereinbarung, vielleicht können Sie mich korrigieren, Herr Müller, ich weiß es nicht genau, wird die Verpflichtung zur Überlassung von Wohnungen an Dringlichkeitsfälle für die vierjährige Laufzeit dieses Bündnisses ausgesetzt. Damit ist für mich zumindest für die Zukunft völlig ungeklärt, wie diese besonders benachteiligten Wohnungssuchenden mit anerkannt dringlichem Wohnbedarf, WBS mit Dringlichkeit im Volksmund, künftig überhaupt versorgt werden sollen in den städtischen Beständen. Da wäre ich Ihnen für die Aufklärung durchaus dankbar. Das größte Problem an diesem viel gepriesenen Bündnis sind aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Fraktion die vereinbarten Mietobergrenzen. Gut, dass dieser Weg individueller Mietobergrenzen überhaupt beschritten wird. Die gewählte Höhe von 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens ist jedoch deutlich überzogen. Zur Erinnerung, derzeit liegt die durchschnittliche Belastung durch Netto-Kaltmieten in Berlin bei rund 22 Prozent. Sie wählen 30 Prozent als Obergrenze. Die Argumente und Hintergründe für die vereinbarte Höhe bleiben völlig unklar. Und was passiert eigentlich, wenn die Bestandsmieten bereits darüber liegen oder wenn Menschen mit nach dieser Rechnung zu geringem Einkommen sich um eine städtische Wohnung bewerben? Was passiert dann? Generell offen bleibt die Finanzierung des Bündnisses. Die Unternehmen erhalten keine gesonderte Unterstützung. Der Gegenwert ist hier häufiger mit 100 Millionen angegeben worden. Die wirtschaftliche Stärkung der Unternehmen, sei es über Entschuldung, Kapitalzuführung oder spezielle Förderprogramme, fehlt hier völlig, ist absolut ausgeblendet. Woher also die notwendigen Mittel nehmen, wenn nicht an der falschen Stelle sparen? So viel zu unserer Kritik. Im Ansatz finden wir das Bündnis nach wie vor richtig, weil wir es richtig finden, die städtischen Gesellschaften auf soziale und stadtwohl unterstützende Ziele zu verpflichten. Das braucht aber mehr Engagement des Landes. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen, bitte. Ich komme hier sofort zum Ende. Letzter Satz zu dem Antrag, den wir gestellt haben, zu dem sich überhaupt keiner geäußert hat. Das wäre im Übrigen ein Beitrag für die übrigen 85 Prozent des bezahlbaren Wohnungsbestandes. Wenn wir den Kündigungsschutz für die Mieter verbessern, die von der Umwandlung ihrer Mietwohnung in Eigentumswohnung betroffen sind, dann leisten wir tatsächlich einen Beitrag für die Erhaltung bezahlbaren Wohnraums und für die Entwicklung Berlins als lebenswerte soziale Metropole. Vielen Dank.